Abzeichen da unten noch. Okay also was wichtiges habe ich jetzt nicht gefunden. Überall Scherben ey was ist denn hier los? Ist er in seiner Kunst so ausgerastet weil er sich irgendwie nicht vermalt hat oder was? Ja okay. Ich meine was ist das hier? Okay es war ein Tuch. Okay was ist das hier? Kann ich nur sagen das Landschaft und das hier soll irgendwie eine drastische Figur sein die vielleicht geil gespielt oder so? Jetzt kann ich ja... Alles klar. It's a kind of magic. Also jetzt bin ich einfach ganz woanders gelandet. Ich komme auch nicht mehr zurück. Dabei habe ich nur das Tuch von dem Plakat da abgenommen. Ah Plakat sag ich schon. An dem Papier. Für der Leinwand. Alles klar hier das sind irgendwie Zaubertüren hier. Ah jetzt bleibt es okay. Okay. Just out of reach. Alles klar. Was ist das wenn ich das langsam gelesen hätte? Ich habe ja keine Zeit zu gehabt. Alles klar für Jumpscares drin. Ja das ist das der Flügel wieder. Sich im Kreis drehen. Auf einmal wird es sogar dargestellt im Untertitel. Was? Sich im Kreis drehen. Sehr schön. Ja weil jetzt ist wieder ein Raum ohne Tür wahrscheinlich wenn ich es wieder zu mache hier. Okay hier gehe ich wieder auf. Hallo. Fünf, vier, acht. Fünf, vier, acht. Fünf, vier, acht. Es kommt so ein bisschen direkt, aber ja, klar. Okay, mit Geistern im Ring, aber ich soll closer gucken, will ich da ranzoomen, ne, aber ein schöner Ring, doch, muss ich sagen, sieht nicht schlecht aus. Guck, der Umsatztitel, der ist auch manchmal weg, so, ähm. Never forget. Jetzt ist da eine Tür auf einmal erschienen, die eben nicht da war. Ja, die Oma schaukelt immer noch. Mausefalle. Gibt da ein Kind an dem Bild? Okay. Also der Forscher hieß es, jedes Handeln von mir entscheidet die Geschichte. Also noch habe ich nicht viel Möglichkeiten gehabt zu handeln. Wow. Äh. Okay, das hätte ich zum Beispiel jetzt nicht machen müssen, ich hätte einfach zurückgehen können. Vielleicht ist damals sowas gemeint gewesen. Ja, perfektes Timing gerade. Immer wenn ich sowas sage. Super, super Fabian. Ach Gott. Ach Gott. Also die Schrift ist schon fast wie meine Mutter. Also die redet hier von ihrem Kind, was sie bekommt. Schreibt schon Briefe daran, obwohl es noch gar nicht geboren ist. Ich will wieder ausmachen. Ich will jetzt die alte Frau oder verschwindet. Ich will jetzt die alte Frau oder verschwindet. Okay. So. Hau rein, ne? Danke für diese kurze Einlage gerade. Aber das muss ich mir jetzt nicht nochmal antun. Was ist denn meine Musik eigentlich aus? Also ich höre irgendwie jetzt gar nichts mehr. Eis bin ich wieder hier. Jetzt hängt das Kid nämlich nicht mehr da. Sondern diese Truller. Und ich falle nicht nochmal runter. Okay. Ja, letztendlich war meine Entscheidung gerade nicht wirklich so relevant. Paint deep lies. Jetzt ein klein bisschen nach links. Ja, genau so. Halt diese Position. Ich will alle diese schönen Kurven genau richtig machen. Ich habe nicht die drcke. Und unter denächen Bremsklen chick gewinen zu bauen. Hier wird IchÁ Одin woanders heißt. Alle Space Diements. Acht raus. Und gerne mit deinen Singen geduelt. wieso läuft die maus ins feuer aber hey abendessen gesaved vielleicht noch eine kann ich mir den kammerjäger sparen ja geht doch noch ins feuer du hast die hand vergessen hallo nichts mehr möchte ich die face cab an das war gemein das war echt gemein könnt ihr mit dem waldmann noch nicht machen ok bin ich auch gar nicht so alt ist auch nichts da steht diesmal auch nichts und das generell in dem raum hier gerade gar nichts wertvolles gehen wir weiter schatz bist du es komm raus wir können darüber reden ich hab's nicht so gemein komm schon tut mir noch leid das waren immer entschuldigen egal ob man schuld war oder nicht auch zu weinen das ist ok komm gleich zu dir weil ich den schlüssel gefunden habe paprika wieso habe ich eigentlich keine taschenlampe die da so besagt worden ist in der steuerung das sieht nämlich echt uncool hier aus nicht umdrehen einfach nicht umdrehen einfach weitergehen first step is the hardest so das war wieder platz gerade der erste schritt ist am schwersten hey wir sind wieder in der küche aber diesmal doch ich würde sagen der wein ist immer noch zerbrochen die wagen ist auch noch da und hier ist der vorratsschrank da komme ich diesmal nicht rein also irgendwas stimmt hier nicht wenn es das es 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 Ah, es ging weiter. Ich dachte, es wäre ein Laderscreen, es wäre so dunkel. Also habe ich eine Räser benutzt und dann habe ich die Haut geflogen. Die Böse hilft, meine Hände zu ständig. Siehste, haben eindeutig ein Problem. Also ein Bild, wo unendlich viel Gemüse rauskommt, ist ein bisschen praktisch in so eine Küche. Kann ich jetzt wieder raus, ja? Danke für die Einleitung. Oh, da ist die Leinwand aus der Haut, oder? Ja, wie meint er doch? Shapeless dreams. Formlose Träume.